Hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Julian. Hallo! Wir spielen jetzt Roblox. Äh, David? Ja? Kannst du eigentlich alles probieren? Kannst du mir weiter spielen? Ah, du bist in Legends of Speed. Ja, echt? Tu halt einfach so, als würden wir kein Video machen. Also wir machen das aber. Okay. Scheiße. Wo bist du? Wäh. Öh! Das war's für heute. 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 Der rennt mit mega viel Anlauf und der hüpft so weit. Wie viele Schritte hast du schon? 50.000? Oh mein Gott, 50.000? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, oder so 15 Minuten. Ja, oder? Okay, wir können... Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.